Also Chicken Nuggets sind zwar Abfall, aber das ist nicht so schlecht. Ist auf jeden Fall High Tier. Cheeseburger ist natürlich Top Tier, aber Chicken Nuggets ist sogar schlecht. Irgendwie mit Coupon, so 20 Erstecken Nuggets. Genau, 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 das ist schon, das kann man sich ja schon mal machen. Aber Meckes ist teuer geworden, oder? Hm, wie dünne. Super ist Welten, aber du, hab ich hier irgendwie 3 Preiserhöhungen verpasst? Oh, dieses Teil, scharfe Ruine und ein freies Eisen, oh yes, give it to me. Holy shit. Der Spawn ist ja komplett cracked. Ich probiere mir was aus, ne, kann ich ja machen. Ja, ja. Wir behandeln ihre Angestellten wie Abfall, lassen die Tiere total ausbeuten und zerstören über die Natur. Hm. Das stimmt. Natürlich doof. Aber Chicken Nuggets. Und müsste abwägen. Genau, das ist schon, eigentlich auch vor ein bisschen Schwab werden, ne? Ja. 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 Recht hat er ja. Aber das hast du wahrscheinlich überall in der Systemgastronomie. Das wird so sein, ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020